Die Basketball Champions League wird auch ab der kommenden Saison beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Spox gibt euch alle wichtigen Informationen zur Übertragung. Aus deutscher Sicht sind dieses Jahr vier Mannschaften in der Champions League vertreten. Die Teams von Ludwigsburg Bonn, Bayreuth und Bamberg haben sich für die Königsklasse qualifiziert. Basketball Champions League live im TV und Livestream wie in den vergangenen Spielzeiten hat sich auch diese Saison wieder DAZN die Übertragungsrechte für die Basketball Champions League gesichert. Nach wie vor liegt der Fokus auf den Partien der deutschen Mannschaften, aber auch ausgewählte weitere Spiele der Basketball Champions League werden gezeigt. Was ist DAZN? DAZN ist ein Online-Streaming-Dienst, der sich auf die Übertragung von Sport spezialisiert hat und damit auch als Netflix des Sports bezeichnet werden kann. Neben der Basketball Champions League zeigt DAZN auch die großen US-Ligen NBA, NFL, MLB und NHL wie auch viele weitere Sportarten wie Boxen oder Darts. Im Fußballbereich überträgt der Streaming-Dienst beispielsweise Partien aus der Champions League, Europa League, Premier League, Primera Division, Liga 1 oder Serie A. Ein Abonnement bei DAZN kostet 9,99 Euro monatlich. Der erste Probemonat ist kostenfrei. Wie viele Teams nehmen an der BCL teil? Insgesamt 32 Teams sind bei der Gruppenphase der Basketball Champions League dabei. 26 Mannschaften haben sich direkt für den Wettbewerb qualifiziert, die restlichen sechs Teams setzten sich in der Qualifikation durch. Von den vier deutschen Teilnehmern musste nur Mehdi Bayreuth in der Qualifikation antreten. Das Team stieg in der dritten und damit letzten Qualifikationsrunde ein und setzte sich insgesamt 159 zu 146 gegen den polnischen Vertreter Polski-Kukea-Toren durch. Basketball Champions League, das ist der Modus, die 32 Mannschaften treten in vier Gruppen mit jeweils acht Teilnehmern an und messen sich in Hin- und Rückspiel. Die letzte 1 bis 4 nehmen anschließend am 16. Finale teil, während Platz 5 und 6 immerhin noch am U-Hop Cup teilnehmen. Die letzte 1 bis 4 nehmen, bis zum 6. My 2019 I'm final 4 in Traden. Start der BCL 9. October 2018 ended der BCL 6. My 2019 die Gruppen der Basketball Champions League 2018-19 Group A. Die letzte 1 bis 4 nehmen, bis zum 6. My 2019 die Gruppen der Basketball Champions League 2018-19 Group A.